Das Warten hat ein Ende. Nach wochenlangen Spekulationen über Promis, die möglicherweise bei der diesjährigen Promi Big Brother Staffel teilnehmen könnten, wird das Geheimnis endlich gelüftet. Sat.1 lässt die Fans der populären TV schon nicht länger zappeln und gibt endlich die ersten Kandidatinnen und Kandidaten bekannt. Diese acht TV-Bekanntheiten werden ab dem 6. August bei Promi Big Brother täglich für Unterhaltung sorgen. Jüngste Spekulationen brachten Ina Aogo, 32, in Verbindung mit der Fernsehshow. Nun ist es bestätigt, die Spielervorbe gibt sich tatsächlich in den TV-Knast. Sie zieht allerdings nicht alleine in den Container, sondern bekommt Gesellschaft von der Bachelor-Finalistin Michelle Mimic-Watz. Die beiden Damen kriegen noch Unterstützung von dem erfahrenen Reality-Star Melanie Müller, 33. Ebenfalls vom großen Bruder beobachtet wird die ZDF, Lottufe Heike Mauere. Männliche WG, Mitbewohner bekommen die Ladies von Bachelor in Paradise, Kandidat Rafi Rarek, 31, über seine Teilnahme wurde übrigens auch schon im Vorfeld gemunkelt. Neben Rafi ist auch der beliebte TV-Bauer Uwe Abel, 51, der mit seiner liebsten Iris, 53, 2018 das Sommerhaus der Stars gewann, ein Teil des Promi Big Brother, Casts. Der Ex-On-The-Beat, Teilnehmer Erik Sindermann, 33, und AstroTV, Hellseher Daniel Kreibich ergänzen schließlich die illustre Promi-Runde. Tipps für Promi-Flash? Einfach e-Mail-n-tipps-at-bromi-flash.de Einfach e-Mail-n-tipps-at-bromi-flash.de Einfach e-Mail-n-tipps-at-bromi-flash.de